ARD Text im Auftrag von Funk Entschuldigen Sie, könnten Sie mir vielleicht kurz sagen, wo die Hermann-Gosnam-Straße ist? Ich bin ganz wütend, ich muss da dringend hin zum Termin. Was? Was willst du? Nur wissen Sie, wo es zu Hermann-Gosnam-Straße geht. Ach so, ja, natürlich. Hermann-Gosnam-Straße, da vorne, dann rechts, dann wieder links, dann geradeaus, dann wieder links, dann wieder rechts und dann einfach ein Alarm. Kann ich keine Handynummer haben, dann rufen Sie an, falls Sie selbst findet. Klar, das ist super, ja, Hammer. Könnten Sie mir vielleicht noch kurz mitkommen, dass Sie es einfach checken? Mitkommen, ja, natürlich, ja. Entschuldigung, geht es hier Richtung Rosenhaus. Mann, Digga. Sehr geehrte Fahrgäste, es gibt 49 Minuten Verspätung bei allen Zügen. Mann, Digga, geht es hier. Man, Digga, geht es hier. Mann, Digga, geht es hier. Mann, Digga! Mann, Digga! Hey, mein Früher! Ich hab ihn umgebracht! Auch nachts gibt es gute Menschen in Berlin. Jeder kann für sich selbst die Entscheidung treffen anderen zu helfen. Sie aufzubauen und zu abonnieren.